Was geht Leute, der Jugendgamer wieder hier, nicht wundern, dass hier oben wieder so ein kleines Fünster ist, ja, hi, das bin ich, heute, hm, heute zu einer Top 5 von Siren Head Videos, die angeblich Siren Head zeigen sollen, viel Spass. Aha! Ok, also ich hab kein paar ... Die Tests von der Hohe und der Radio-Warnung gerät. Der Potenzial in Danger of Reden Situation Specially mit dem Fieber Are unglantically maximierten Toll. Oh, sorry. Ja, hör mir doch. Okay. mal gucken hier allein gleich das ist eine Kamera ok 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 das war nice aha hello everybody wo ist eine neue Kamera drauf bitte das ist die gleiche von gerade eben mhm nein mega da ist die gleiche da ist die gleiche die gleiche die gleiche Nein. Nur mal. Was? Wenn er das gemacht hat, versteh ich was gar nicht. Wenn wir haben wir nach oben glaube ich... Okay. Die Tür geht drauf eigentlich nicht. Was müssen wir jetzt? Alter! Mein Herz! Mein Herz! Wawo-ho-ho-ho-ho-ho! Was? Siren. Bitte heil? Was? Ich zeige mich auf TikTok. Ja wämmung! Ich bin in der Schule, die ich in der Schule gekommen habe. Das habe ich bei denen eine... Ja, glücklich. Aha. Hätten wir noch rein machen können. P、 P、 P, P P, P P P Ok Ich kenne den Ton. Ich kenne den Ton. Okay, wie geht es lang? Europa. Ich kenne den Ton. Das ist nicht okay. Okay, this is not okay. Okay, that's the next one. What's that? Simon had not... ...I don't know how to do that, right? That's fake! See how it works again. Das ist fake. Zu tausend Prozent. Nein. Nein. Ja, das war definitiv fake, die letzten paar. Was glaubt ihr, ist Siren Head real? Wollt ihr mehr Siren Head Videos, lasst einen Däumchen noch oben da. Checkt auf jeden Fall mein neues Video, das ich vor ein paar Stunden noch rausgebracht habe. Bis dahin und tschüss.